Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Black Tale Innocence. Es ist Zeit vergangen und sieht schön aus. Ich guck mal. Die Sonne geht gleich unter. Ich hoffe, Ugo kann sie auch sehen. Ich hoffe, dem geht's noch gut, ja. Der ist ja gefangen genommen worden von Vitalis, von dem richtig vitalischen Vitalis. Und, äh, oh ja, oh, wir können ja wieder... Ach, da sitzt du. Ich dachte... Ich glaube, Rodrik arbeitet im Innenhof. Ich dachte sonst was. Okay, die Dinger gehen auf. Da liegt was. Warte mal. Au, ich spüre meine Finger nicht mehr. Ja, ich mach gleich auf. Okay, ist zu. Ich sag's dir, das ist die Kälte. Die ist fast schlimmer als Rost. So, ich guck mal. Was können wir bauen? Komischerweise haben wir jetzt hier wieder die Sachen. Liegt das an Ihnen, dass wir sie bauen können? Warum konnten wir sie letztens nicht bauen? Hm. So, äh, ich wollte noch gucken. Herstellung nicht. Aufwerten können wir nicht. Okay. Und was hier? Oh, was machst du denn hier? Ja. Mitten im Winter. Ugo hätte dich finden sollen. Steinbrech. Warte. Den Steinbrech findet man häufig in kalten Gebirgslandschaften, wo er in Felsnischen Schutz vor dem Frost sucht. Er steht für Unausweichlichkeit und Verzweiflung. Sein Name geht auf den Umstand zurück, dass man früher annahm, er könne bei der Auflösung von Nierensteinen helfen. Naja, okay, äh, Annahmen. Ich hoffe, wir können... All diese Sachen. Ich erinnere mich an jeden Ort. An jeden Moment. So, wir können hier noch ein paar Sachen zusammensammeln. So viele Äpfel hatten wir noch nie. Ugo hätte sich damit vollgestopft, bis er platzt. Die Frage ist, was soll ich jetzt tun gerade? Huch. Oh, mitnehmen. So, Stoff sind wir gleich voll. Aber uns fehlen noch ein paar andere Ingredienzien. Okay, da gibt's ein bisschen Beef. So, hier sind wir... Ach, das ist die andere Seite. Ne, doch. Da gibt's ein bisschen Beef. Auf alle Fälle scheint es ihr zu gefallen. Okay, ich glaube, ich sollte ihm helfen. Der ist ein bisschen abflippen. Du fühlst dich auch einsam, was? Na los. Nur Mut. Nur noch einen Tag. Und dann? So, wir helfen ihm jetzt mal hier. Ist das Schloss immer noch zugefroren? Ähm, ja. Der Winter ist hart dieses Jahr. Gut geschlafen? Fühlst du dich besser? Ein bisschen. Hast du wieder von ihm geträumt? Ja. Ich werde dir ein besonderes Gemisch aus Johanniskraut brauen. Okay. Schöne Ordnung, Lukas. Das brauche ich nicht. Ich vermisse ihn einfach. Ich muss... akzeptieren, dass er nicht zurückkommt. Na gut. Ich werde mal nach den anderen sehen. Kannst du Melli von den Problemen mit der... Truhe erzählen? Natürlich. Ach, Melli wird wahrscheinlich sagen, piss einfach drauf. Aber dafür ist es viel zu kalt. Ja, aber warm angezogen bist du nicht, ne? Okay. So, wir könnten jetzt nach da unten gehen. Das mache ich jetzt noch nicht. Das hatten wir. Und hier können wir nichts bauen, ne? Doch. Wir können jetzt die Bänder upgraden. Lautlos. Okay. Da brauche ich gar nichts diskutieren. Machen wir. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Mh-hmm. Können wir bloß nicht benutzen. Huch. Ah, wir können... Wir haben jetzt ein bisschen was ausgegeben. So, ich schaue erst mal. Rodrik konnte wegen des vielen Schnees noch nicht weiterarbeiten. Aber immerhin haben sie ein relativ trockenes Zuhause, ja? So, dann schauen wir mal hier unten nach. Hi. Tut mir leid. Störe ich? Ähm, nein. Arthur meinte nur, dass er weg möchte. Schon wieder. Komm schon. Ich will nur, dass wir überleben. Wie bisher auch. Hör zu. Es wird bald dunkel und wir müssen die Feuer anzünden. Kannst du mir helfen, Arthur? Na los. Und geh ihr nicht zu sehr auf die Nerven. Warum sollte ich das tun? Weil du nervtötend bist. Deswegen. Oh, Lukas braucht Hilfe mit seiner Truhe. Ja, sicher. Er will mich einfach nur sehen. Ja. Ja. Wann immer du willst, Hermesia. Okay. Schließe zu Arthur auf. Ich spreche gleich mit ihm. Ich sammle dir erst mal was ein. Was? Ah, okay. Der hat ein bisschen Stress. 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 Da liegen einfach mal wieder neue Sachen rum. Okay. Gut. Jetzt holen wir uns Arthur. So. Los, bringen wir die Feuerbecken in Position. Fangen wir mit dem hier an. Ja, genau. Wir machen das schon seit Wochen, Hermesia. Tut mir leid. Ich schlafe einfach besser, wenn ich weiß, dass der Graben nachts gesichert ist. Also, wie geht's? Ich fühle mich alt. Hast dich gut gehalten für eine alte Frau. Danke. Hör mal. Ich kenne deinen Bruder nicht gut, aber... Er würde dich mögen. Meinst du? Du hast uns gerettet. Du wurdest gefangen genommen und bist entkommen. Du bist wie ein Held aus einer Geschichte. Ein Held? Aber er wäre traurig, wenn du gehen würdest. Oh. Müssen wir das wieder anzünden? Okay. Du magst das, Ignifer, oder? Ich habe eine Schwäche für Feuer. Tja, wenn du das sagst. Ähm, alles in Ordnung, Rodrik? Ja, alles gut. Ich krieg das schon noch hin. Hey, beruhige dich. Wenn du alles kaputt machst... Geht doch. Jetzt bleiben die Feuerbecken an ihrem Platz. Die Rodrik-Methode. Willkürlich, aber effektiv. Ha! Probiert's mal aus. Schon dabei. Was sollen wir jetzt ausprobieren? Gut, übernimmst du das hier? Ich kümmere mich um das andere. Hey, geht es dir gut? Äh, ja. Warum? Das war ziemlich... heftig. Die Fußtritte. Mein Vater war auch so. Ich führe nur die Tradition weiter jetzt, da er... Egal. Wie steht's mit dir? Oh. Mir geht's gut. Ist aber alles weiß und fällt mir grad auf, ne? Hey, weißt du was? Wir könnten den Suchradius erweitern. Rodrik. Das ist sinnlos. Es ist schon ein Monat her. Bereiten wir einfach den Graben für die Nacht vor. Na gut. Arthur will dich ganz für sich allein haben, stimmt's? Ach, sei still. Liebste Amesia, erlaub diesem verlorenen Briganten euer Herz zu stehlen. Nimm ein Bart. Du stinkst. So, wo muss ich eigentlich hin? Lieblicher Minnesänger ihr doch seid. Dann mal los. Das Feuerbecken muss ganz am Rand stehen. Aus diesem Graben kommt keine Ratte mehr raus. Dies System gibt es aus gutem Grund. Ausgebildete Soldaten wird es nicht aufhalten. Arthur, Melly ist es leid, auf der Flucht zu sein. Melly und ich sind keine Menschen wie ihr. Aber vielleicht ist Melly nicht wie du. Ich verstehe schon. Du kümmerst dich um das Feuerbecken auf dem Wald. Ich zünde die hier an. Ach so. Ja. Huch, nicht so schnell. So, das muss ich jetzt auch noch bewegen, richtig? So. Ich glaube, das müssen wir jetzt nach da hinten bringen. Huch, da können wir was mitnehmen. Ich glaube, hier können wir noch ein bisschen mehr mitnehmen. Ja. Machen wir ein bisschen was an. Ich habe keine Ahnung, ob das notwendig ist, was ich hier mache. Da liegt noch was zu mitnehmen. Da ist Alkohol und Steine. So, ich weiß jetzt nicht, wo ich hin muss. Aber ich glaube... Das hier? Nee. Nee, da sind wir hier schräg rüber, ne? Das ist auf der anderen Seite. Oh, hier liegt noch was. So, das hier war's. Im Ernst, habe ich ihn ganz allein geschoben. Ein Karren, so groß wie eine Kuh. Hör auf zu lachen, das ist kein Scherz. Ich stelle mir nur vor, wie du eine Kuh schiebst. Siehst du, sag dir einfach, dass wir hier etwas haben und dass wir Leute wie dich brauchen, um es zu verteidigen. Okay. Ja, wie gesagt, bis auf das bisschen, was sie hier hinterher schieben müssen, haben sie doch alles super. Gut, ich bin fertig. Huch. Stimmt was nicht? Oh, oh. Verdammt. Alter. Ähm. Wie konnte der Graben überlaufen? Das ist noch nie passiert. Scheiße. Scheiße. Ich habe noch nie so viele gesehen. Die Leiter im roten Bereich. Wenn wir sie erreichen, kommen wir zum Turm. Benutzt ein Feuerbecken. Ich behandle dir auf meiner Seite einen Weg. Okay, wir müssen, wir müssen uns hier Platz machen. Warte mal. Moment. Mitnehmen. Können wir irgendwas bauen? Komm rüber. Doch. Oh. Mein Gott, Bruder. Wir formieren sich neu. Wie wollen sie folgen? Das sieht schon viel besser aus. Das kann ja was werden jetzt. So, kleinen Moment mal. Ich muss mal den Controller wegpacken. Weil, nur so als kleine Nebeninfo. Genau, genau. Das ist der Controller. Ich habe hier einen Gast im Zimmer. Die Lola. Und, wenn es hier mal so rum vibriert, nicht, dass er sich erschreckt. Psst. So. So, ich glaube, wir können... Nein, nein, schnell! Wie! Wir haben die Leiter zerstört. Ich muss zu dir auf den Wald. Heilige Scheiße! Hast du dich gesagt, dieser Ort wäre sicher? Das fahr er auf! Nicht gut. Gar nicht gut. Ich muss zur Leiter im roten Bereich. Sonst sterbe ich hier. Amicia, ich schicke hier ein Feuerböcken drüber. Oh, da. Oh, da ist alles gut. Oh, da ist alles gut. Okay, jetzt wird es aber... Okay. Eins. Zwei. Und noch. Mach an. Ja. Oh. Und da. Weg mit euch. So, was mache ich jetzt? Ach, ich kann hier hochklettern, ne? Ne, kann ich nicht. Wieso kann ich hier nicht hochklettern? Ich kann hier nicht hochklettern. Ähm. Wo? Na hinten. Du sagst, aber wo muss ich hin? Ich kann hier nicht hochklettern. Ich kann hier nicht hochklettern. Ich kann hier nicht hochklettern. Ähm. Ähm... Ei, 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 ei. Feuerbecken auf deiner Seite! Ich bringe dich hin! Ähm, wo, wo? Oh, warte mal. Was muss ich jetzt damit machen? Da ist das Feuerbecken auf deiner Seite. Das hier, ne? Wo, 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 wo? Wo ist das andere? Da. Da. Wie kommst du voran? Gut. Lieber hier oben, als da unten. Das geht hier vor, Alicia. Sie haben schon mal versucht, da reinzukommen, aber nicht so. Wie kann das sein? Woher soll ich das wissen? Aber es ist fast, als würden Sie... angreifen. Na, hör mal. Das sind Rott. Keine Eckländer. So. Und... So. Oh, oh. Oh, oh. Aber Sie wissen, was Sie tun. Das habe ich erst einmal gesehen. Zuhause, auf dem Land sind. Ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Überlass das mir. Das gefällt mir nicht. Ich kann nicht schneller. Ei, 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 ei. Ah ne, er muss jetzt... Nein! Shit, shit! Ich hab so viel verballert, ich hab so viel verballert. Hör mal, das sind Rotten, keine Engländer. Danke. Aber Sie wissen, was Sie tun. Das hab ich erst einmal gesehen. Zuhause. Ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Überlass das mir. Das gefällt mir nicht. Ich kann nicht schneller. Wo, wo? Scheiße, wir hätten doch abhauen sollen. Komm, komm, komm. Oh, was? Mist. Komm, komm. Komm, steh schnell. Ich bin da. Wir haben es fast geschafft. Los. Danke. Du verdienst deinen Ort. Das ist in Ordnung. Komm, gehen wir rein zu den anderen. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Wenn die Ratten reingekommen sind... Amicia, Sie sind keine Kinder mehr. Sie können damit umgehen. Ich will kein Risiko mehr eingehen. Ich werde nicht noch jemanden verlieren. Ehrlich gesagt wäre ich jetzt liebend gern so weit wie möglich weg von hier. Ich bin leider kein Zauberer. Alter. Da oben haben wir was mit nicht mitnehmen können. Verdammt. So, ich guck mich erst mal hier nochmal um. Tja, jetzt haben wir ein Problem. Wir kommen hier nie wieder so richtig weg, ne? Oh. Wir haben fast alles verbraucht. Oh, 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 oh. Das ist keine Reiterwehren. Naja. Bis zur nächsten Folge. Euer Firefox. Bis zur nächsten Pause.